Willkommen im Studio zu einem Gespräch mit Maximilian Krah, dem Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl. Herr Krah, schön, dass Sie hier sind. Ja, ich danke für die Einladung. Ich hab zu danken. Herr Krah, Sie sind mit der AfD eigentlich der große Gewinner dieser EU-Wahl, kann man sagen. Nicht Platz 1, aber den stärksten Zugewinn. Und Sie waren der Spitzenkandidat. Nach der Wahl sind Sie, so scheint es, sofort abserviert worden. Was ist da los aus Ihrer Sicht? Naja, das ist eben im Leben so. Erfolg ist kein gerader Weg. Es gibt Rückschläge. Und in dem Fall meinten einige Kollegen, die Mehrheit sogar, der neu gewählten Kollegen, dass ich eine Belastung sei für die angestrebten Verhandlungen mit Marine Le Pen. Mein Argument, dass ich da gar keine Belastung sei, weil die einfach nicht mit der AfD will, wurde nicht gehört. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Und die Frage ist, wie man es wieder gerade biegt. Und wenn einmal was in den Brunnen gefallen ist, ist es eben schwer, es wieder hochzuholen. Aber an meiner guten Laune tut das keinen Abbruch, weil ich ja das Ergebnis sehe. Und das Ergebnis, gerade bei den jungen Wählern, gibt mir Recht. Und da kommt man auch nicht dran vorbei. Da habe ich viele Fragen zu. Die werde ich auch gleich stellen. Aber ihr denkt bitte daran, wenn ihr wollt, dass sowas hier weitergeht. Freie Interviews, nicht bezahlt vom Staat oder anderen, den Freimaurern oder Russland. Dann seid so gut und spendet ein paar Cent für die Fortsetzung solcher Formate auf paulbrandenburg.com. Vielen Dank. Ja, Marine Le Pen will nicht mit der AfD. Warum will die nicht mit der AfD? Die Mainstream-Presse sagt, weil sie natürlich eine Partei von, Zitat, Nazis sind, Rechtsradikalen und ähnlich Wahnsinnigen. Was vermuten Sie, ist der eigentliche Grund? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie ich das halt rechte Politik machen kann, wenn ich eine Machtperspektive haben möchte. Ich kann versuchen, mich selbst in das Overtone-Fenster hereinzubewegen, also Position aufzugeben, gemäßigter zu werden, so eine Art CDU-2. Oder ich versuche, das Overtone-Fenster zu mir heranzuziehen. Das heißt also, klarzumachen, dass die Positionen, die wir vertreten, vernünftig sind. Und sowohl Georgia Meloni wie Marine Le Pen bewegen sich in die Mitte herein. Das heißt, sie lassen das Overtone-Fenster da, wo es ist. Während ich sage, da wo es ist, werden wir keine Lösung für die Probleme der Gegenwart finden. Wir müssen tatsächlich den harten Weg gehen und müssen das, worüber diskutiert wird, die Themen zu uns heranziehen. Das ist ein Unterschied, aber ich gebe zu, Marine Le Pen hat eine reale Machtperspektive und sie hat überhaupt keinen Bock, mit uns über Strategie zu telefonieren. Sie sagt einfach, pass auf, das ist mein Weg, ihr stört dabei. Und deshalb, um meinen Weg nicht zu belasten, mache ich es ohne euch. Also wenn ich mal übersetze, Sie sind zu rechts für Marine Le Pen, die sind weiter in die Mitte. Was ist der Unterschied? Was ist zu rechts für Marine Le Pen und was ist aus Ihrer Sicht nötig? Nehmen wir ein ganz klassisches Beispiel. Marine Le Pen hat in der französischen Nationalversammlung für die Aufnahme eines Menschenrechts auf Abtreibung in die französische Verfassung gestimmt. Das finde ich jetzt für eine rechte Politikerin bemerkenswert. Also das würde man eher links verorten. Wirtschaftspolitisch ist sie natürlich eine Linke, wenn ich eher marktwirtschaftlich orientierter bin. Ich will Wertschöpfung schaffen und nicht umverteilen. Außenpolitisch hat sie eine Wendung hingelegt. Also sie war ursprünglich mal da, wo wir waren. Mittlerweile ist sie auch der Meinung, dass... Stichwort Ukraine. Stichwort Ukraine. Da haben die Kollegen vom RN, als Zelensky im Europäischen Parlament war, Standing Ovations gegeben. Die AfD im Bundestag hat sich nicht reingesetzt. Bis auf zwei Abgeordnete. Ich glaube es waren sogar vier, aber danke für die zwei. Und da haben wir einen Unterschied. Aber generell ist es einfach so, dass man auch mit den Milieus nichts mehr zu tun haben möchte. Also Marine Le Pen hatte ja auch ein Vorfeld gehabt. Und auch da hat man wirklich Brücken gesprengt. Also zum Beispiel in Frankreich sind die konservativen Katholiken, die traditionellen Katholiken durchaus relevant. Mit denen hat man auch nicht mehr viel zu tun. Also insgesamt hat der RN einen beachtlichen Weg in die Mitte zurückgelegt, was auch unterstützt wird, weil es ja, anders als in Deutschland, keine Christdemokraten mehr gibt. Also die Goalisten sind irgendwie, also es soll sie noch geben, aber sie sind nicht relevant. Bei uns steht da ja auch die CDU. Also insofern andere Herangehensweise, andere Strategie. Und es ist ganz klar, der heutige RN ist in manchen Positionen eher links der Mitte nach deutschen Maßstäben als rechts der Mitte. Sie haben Abtreibung schon genannt, die Wirtschaftspolitik. Es wird ja immer wieder das Argument des Völkischen gebracht. Also die Frage, wie halten Sie es mit der Migration oder gar der Remigration? Da heißt es aus dem Umfeld Le Pen, auch innerhalb der AfD, da stehen Sie für Remigration. Das sei aus Le Pen Sicht zu radikal, zu rechts. Ist das der eigentliche Spaltpilz? Nein. Persönlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt an der Abtreibung hängt. Nein, glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es an der Remigration hängt. Le Pen mag das Wort nicht, weil es von innerparteilichen Gegnern von ihr gebraucht wird. Aber ihre Pläne sind nicht so verschieden von uns. Also wie halte ich es damit? Das Erste ist, wir müssen die Grenzen zukriegen. Also wenn wir weiter, 2023 haben wir nach Abzug der Wegzüge, haben wir einen Zuwachs von Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben. Von 1,1 Millionen Menschen gehabt. Das ist fast CDU-Position jetzt. Wenn das weitergeht in der Größenordnung, ist Deutschland tot. Das heißt, die Grenzen müssen dicht gemacht werden. Ich glaube, da gibt es jetzt auch keinen Dissens mit Le Pen. Und was die Remigration angeht, ist ganz klar, wir sollten jetzt, wir haben ja seit 2015 Millionen von Menschen, die auch bitte noch nicht eingebürgert sind, die hier im Land leben, die immer noch vom Bürgergeld abhängig sind. Und wir können uns das nicht leisten. Wir können uns nicht eine steigende Population von Ausländern, die von uns durchfinanziert wird, leisten. Wir müssen an die Leute ran, die es noch nicht mal schaffen, sich selbst zu ernähren, in einem ersten Schritt. Und insofern brauchen wir eine Remigration. Ich sage aber auch immer, Remigration heißt nicht, dass man einen Verwaltungsakt bekommt und sagt, sie müssen das Land verlassen. Sondern Remigration heißt auch Anreize. Also allein, wenn eben der Sozialstaat nicht mehr eine soziale Hängematte wäre, würden viele Leute, glaube ich, freiwillig gehen. Also Remigration als Oberbegriff aller Maßnahmen, damit Menschen zurückgehen, gerade wenn sie hier keinen Erfolg haben, bin ich dafür. Sehe ich jetzt auch inhaltlich kaum einen Unterschied zu den Kollegen in Frankreich. Das wäre meine Frage gewesen. Also wenn da die Unterschiede nicht so groß sind, bleibt übrig nach ihrer Meinung, dass es einfach, dass sie unsexy sind? Dass es aus ihrer Sicht praktisch günstiger ist, die rechten Deutschen loszuwerden? Aus deren Sicht sind wir unsexy? Ich finde uns natürlich sexy. Ich finde Marine Le Pen nicht sehr sexy. Kritiker behaupten, das merkt man ihnen an, dass sie das finden. Ja, genau. Also ich finde uns sexy. Ich finde den RN nicht sexy. Ich möchte um Himmels Willen nicht, dass die AfD so eine Art RN wird. Ich möchte auch nicht, dass die AfD Meloni wird. Gut, was Sie möchten, ist die eine Sache. Was Frau Weidel offensichtlich möchte, ist die andere Sache. Wir erlebten nach der Wahl eine Pressekonferenz, auf der Alice Weidel auch gefragt wurde oder gebeten wurde, das Ergebnis einzusortieren. Sie sagte, glaube ich, sinngemäß, naja, man habe ja einen Wahlkampf speziell für die jungen Leute geführt. Man hätte sich darauf sehr spezialisiert und grinste suffisant. Das brachte heftige Kritiken, weil ihr Name nicht fiel. Also Frau Weidel schien sich doch sehr klar ausdrücken zu wollen, ohne Herrn Krah zu nennen. Während natürlich auch Unterstützer sagen, dieser Erfolg bei der Jugend, den hatten sie ganz unbestritten, keine Frage. Die Jugend wählte quasi in Ostdeutschland AfD, im Westen auch immer mehr. Welche Richtungsentscheidung ist das für die AfD innerhalb Deutschlands? Ist das jetzt ein starker Moment, wo man sich wirklich Weidel-Schupalla von Krah AfD trennt? Weiß ich nicht. Also zum einen diskutiere ich ja innerparteiliche Dinge generell nie öffentlich. Schade. Ja, ich weiß, aber ich konzentriere mich immer nur auf das, was ich positiv zu vermelden habe. Also ich glaube, dass dieser Jugendherfall ganz wesentlich auf meine Kampagne in den letzten Jahren zurückzuführen ist, wird niemand ernsthaft bestreiten. Das ergibt sich ja allein aufgrund der Klickzahlen. Also man hat mir zwar meinen TikTok-Account kaputt gemacht, extra für die Wahl, extra für die Wahl, aber wir haben es ja gebypasst durch ganz viele freiwillige junge Helfer, die sich die ja selbst geschnitten haben, die Krah-Videos geschnitten haben, die dann Wettkämpfe geführt haben, wer hat die größten Klickzahlen. Und wir kommen ja auf einen zweistelligen Millionenbetrag an Klickzahlen, je nachdem, wie wir rechnen. Also ein kleinerer zweistelliger, aber wir liegen so zwischen 12 und 16 Millionen an Klickzahlen meiner Videos in der letzten Wahlkampfphase. Jetzt haben Sie es nochmal unterstrichen, das ist unbestritten. Ich muss trotzdem mal nachhacken. Also was ist es dann mehr als das übliche parteipolitische Geplänkel? Ist das ein reiner Machtkampf, Weidel-Krah, oder ist da auch inhaltliche Richtung mit verbunden? Wir haben ja gerade gehört, aus Ihrer Sicht ist der Unterschied zu Frankreich gar nicht so groß. Gibt es dann Probleme in der AfD? Rechter Flügel gegen die noch Rechteren, weil von außen betrachtet sind es ja angeblich ja alle maximal rechtsradikal. Ich wundere mich auch. Also ich mache es an drei Punkten fest, inhaltlich, wo man mir auch gesagt hat, das sehen wir anders als du. Das erste war in der Tat die Frage, wollen wir da mit den Franzosen oder wollen wir mit denen nicht? Das zweite ist immer die Außenpolitik. Da ist ganz klar, schwenken wir jetzt auch, wie Meloni, Willepen ein auf den pro-Ukraine-transatlantischen Kurs oder bleiben wir bei unserer eher multipolaren Ausrichtung, dass wir sagen, Deutschland und Europa muss in alle Richtungen ansprechbar sein. Da stehen Sie wo? Ich bin für die Offenheit in alle Richtungen. Der große Trend, den wir in der Welt haben, ist der Wandel der Macht vom Nordatlantik in den globalen Süden. Und da muss Deutschland als Exportnation und auch als eine Kulturnation mit einem globalen Anspruch offen sein für Indien, für Südafrika, auch für China und Russland. Und das darf man sich auch nicht kriminalisieren lassen. Und ein anderer Punkt ist natürlich, ich bin schon, ich bin eher jetzt für Wertschöpfung. Also wir sehen, wie die Wirtschaft abschmiert. Wir müssen jetzt wieder Wertschöpfung schaffen, also eher marktwirtschaftlich als umverteilend. Ja und letztlich, und das ist jetzt für Europa wichtig, seit zwei Jahren werbe ich ja dafür zu sagen, trennt euch von diesen großen Fraktionen, weil man wird uns zwingen, mit dem Strom zu schwimmen. Und dass man sich konzentriert auf neue Kräfte in ganz Europa, die ähnlich denken wie wir. Also lieber eine kleinere Fraktion, mit der wir eine höhere weltanschauliche Übereinkunft haben, als eine große Fraktion, wo man am Ende überhaupt nichts mehr entschieden kriegt und nur noch der kleinste gemeinsame Nenner zählt. Und das sind schon strategische Festlegungen. Und das ist dann natürlich im Übrigen, dass ich jetzt mit meinem Stil, also politische Kommunikation in Deutschland ist im Wesentlichen 1975 stecken geblieben. Also Plakate, Radiowerbespots und so Wahlstände gab es auch 1975 schon. Manches erinnert mich in letzter Zeit eher an die 30er, muss ich ehrlich sagen. Genau, und ich würde sagen, also das, was ich an politische Kommunikation biete, das gab es noch in 1975 noch nicht. Gut, der Stil ist ganz anders, das sieht man auch sofort. Dann sagen wir, ein bisschen Altpartei ist aus meiner Sicht in der AfD jetzt mindestens auch schon drin, bei dem, was man da an Verhalten sieht. Machtkämpfe sind auch normal in der Partei, aber ich habe den Eindruck, die NATO-Frage, die Ukraine-Frage, die Russland-Frage ist doch ein ganz entscheidender Punkt. Sie ist für die ganze europäische Rechte entscheidend. Meloni ist auf von der Leyen-Kurs, die beiden lichten sich ab schon als Freundinnen. Le Pen und Meloni scheinen da auf einer Linie zu sein. Das heißt, am Ende müssen Sie mit Ursula von der Leyen eine Fraktion bilden. Auch Sie, auch Max Krah, wenn das so entschieden wird, ist da für Sie Schluss? Sagen Sie, das machen Sie mit oder wäre das persönlich eine Grenze? Nein, bei Ursula von der Leyen bin ich raus. Also ich bin da nicht aus der CDU rausgegangen, um am Ende einer der ganz schlimmsten Vertreterinnen der CDU wieder zur Macht zu verhelfen. Also es ist ganz klar, mit mir gibt es keine Stimme für Ursula von der Leyen. Ich halte auch ihre ganze Politik für scheußlich. Also ich glaube, die einzige, die von Ursula von der Leyen's Corona-Politik profitiert hat, ist Ursula von der Leyen selbst. Und ihr Ehemann, der ist ja Direktor einer Faser von der Leyen. Und ihre Kinder und alle, die mit ihr SMS ausgetauscht haben, zu denen gehöre ich nicht. Ihre Kriegspolitik macht Europa zu einem Vasallen der Vereinigten Staaten. Sie gibt jede eigenständige europäische Position. Selbst Politico, das Springer-Konzern, hat getitelt Europe's American President. Das hat sie sicher gern gelesen. Wahrscheinlich ist das für sie sogar ein Erfolg. Sie sieht das als Kompliment, da bin ich sicher. Und dann haben wir Frau Meloni, die sagt, die demonstrativ die Nähe sucht zu Ursula von der Leyen. Und wir haben eine Frau Le Pen, die jetzt die Nähe zu Meloni sucht. Ich glaube, da sehen wir, in welche Richtung das geht. Und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank sind wir raus. Okay, das ist eindeutig. Interessant ist trotzdem, in den letzten Tagen gab es dann eine Erklärung des Thüringer AfD-Landesverbandes. Die hat Björn Höcker auch mit unterschrieben, oder zumindest stand sein Name drunter. Da werden Sie aufgefordert, sinngemäß endlich die Kampagne jetzt gegen den Drittplatzierten einzustellen. Jetzt unabhängig von den Fragen, worin das bestehen könnte, dieser Kampagne. Da haben Sie sich vielfach zu geäußert. Da gab es dann ein Ja oder Nein, he said, he said. Ist das nicht doch eine Spaltung dann der Rechten? Höcker und Sie sind doch politisch relativ nah beieinander. Wenn da jetzt öffentlich sowas ausgetragen wird, muss das sein? Also das muss nicht sein. Ich habe mich über diese Erklärung auch nicht gefreut. Andererseits muss man auch sehen, Thüringen hat Landtagswahlkampf im September. Und René Aust ist nun mal Mitglied des Thüringer Landesverbandes. Und dass man da Solidarität mit dem eigenen Mitglied erklärt, ist jetzt auch nicht untypisch. Also ich kann Sie beruhigen, mein persönliches Verhältnis zu Björn Höcke ist ungetrübt. Ich war gar nicht beunruhigt. Mein persönliches Verhältnis sei, wie es sei. Sie sagen also auch politisch, ist das immer noch ein Guss? Man war, es gab halt, schauen Sie, wenn man junge Wähler haben will, hat man junge Wähler. Und junge Wähler, zu Recht, sind nicht so wie vielleicht ältere Wähler, dass sie schon abgebrüht sind und sagen, Politikerin kann man eh nichts glauben. Die nehmen das noch ernst. Sie nehmen das ernst und sie fordern es ein. Ich muss auch sagen, es ist okay, dass sie es einfordern. Aber was eben passiert ist, wie das so ist bei einer Internetkampagne, die kann auch mal schnell persönlich werden. Ich habe immer dazu aufgefordert, sachlich zu bleiben, Brücken nicht abbrechen zu lassen. Ich habe immer gesagt, klar, auf dem Erfolg folgt ein Misserfolg, aber wir lassen uns davon nicht unterbekommen. Und ja, was da halt im Internet dann plötzlich losging, hatte halt eine große Bandbreite. Und dass man dann in Thüringen sagt, wir lassen uns das aber nicht unseren eigenen Parteifreund, den wir unterstützt haben, so angreifen, das kann ich nachvollziehen. Aber ja, es ist halt dann so, wissen Sie, in Sachsen ist was halt 100% bei mir, weil ich auch aus Sachsen komme. Aber das sind so Dinge, die jetzt vorgefallen sind, umso wichtiger, dass wir das eben einstellen und dass wir ein Agreement finden. Und ich bin da ganz zuversichtlich. Wir werden es sehen. Die Zukunft ist auch die entscheidende Frage jetzt in der EU-Verhandlung oder in der Koalitionsfrage. Die AfD strebt ja immer noch eine Rückaufnahme in diese ID-Fraktion an. Da sagt Frau Weidel wohl, also ich ernehme es der Presse, sie rechnet eigentlich nicht damit, obwohl man sie nun rausgeschmissen hat. Und mal durchgespielt. Angenommen, das klappt nicht. Wie sieht die Zukunft dann aus? Sie sagten ja selber mal, eine Fraktionszugehörigkeit in Brüssel sei wichtig für die politische Arbeit. Vielleicht für die, die nicht in der Tagespolitik drin sind. Warum ist die wichtig und was ist da Ihre Strategie? Es sind zwei Dinge. Das eine ist, Fraktionen verfügen über mehr Mitsprachemöglichkeiten. Also zum einen haben sie natürlich einen gewissen Überbau als Fraktionssekretariat, Pressesprecher, Referenten, Fachreferenten. Und die sind schon wertvoll, weil die inhaltliche Arbeit ist breit und das ist ganz gut, wenn sie Zugriff haben auf mehr Manpower. Sie haben mehr Redezeit und sie haben auch mehr Budget, wenn es um Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation geht. Das heißt also, sie sind als Abgeordneter, der Fraktionsmitglied ist, sind sie von ihrer Ausrüstung einem nicht, einem Fraktionslosen überlegen. Wir sehen es auch im Bundestag, wer da Hinterbänkler ist, der sitzt dann auch im Bundestag. Ja, sitzt am Ende, genau. Okay, also nachvollziehbar, dass sie das auch wollen. Da stellt sich natürlich schnell die Grundsatzfrage. Also was ist da überhaupt noch erreichbar in so einer Fraktion? Wozu ist dieses EU-Parlament denn? Das haben sie ja auch scharf kritisiert. Wie viel ist da eigentlich noch reformierbar? Ja, also dahinter steckt für mich dann die Frage, wie sehr verbiegt man sich dann, um diesen Fraktionsstatus noch zu kriegen? Na ja, schauen Sie, es ist ja die Möglichkeit... Wie schnell unterstellt wird, es ist ja dann eigentlich nur Machtstreben und Versorgungsstreben. Nein, es ist ja die Möglichkeit, dass man eine kleine Fraktion bildet. Ich nenne sie mal AfD in France. Wer sind die Freunde? Ja, zum Beispiel die bulgarische Wiedergeburt ist ein potenzieller Freund. Die waren ja auch auf dem Parteitag in Magdeburg, als die Liste gestellt wurde. Die Slowakische Republika ist ein Freund. Also da gibt es schon einige Parteien, die ähnlich unterwegs sind wie wir, inhaltlich, meist sehr junge Bewegung, auch mit einem ähnlich jungen Publikum, ähnlich jungen Wähler, jungen Politiker, wo die AfD ein Vorbild ist. Also es ist ja nicht so, dass wir nun für alle unsexy sind, wir sind unsexy für Frau Le Pen, haben wir festgestellt, aber wir sind für viele andere, gerade für junge Wähler europaweit, sind wir ein Vorbild. Und ich bleibe dabei, wir sind die spannendste Rechtspartei Europas, gerade weil wir es schaffen zu versuchen, das Overton-Fenster zu uns zu ziehen und uns nicht um der Macht willen inhaltlich verkaufen. Und das ist gerade für junge Leute, die nach Prinzipien suchen, ist das ein wichtiges Argument. Gerade bei dem letzten scheint es mir dann ja zu liegen, das ist ja jetzt die Gretchenfrage, verkaufen die sich inhaltlich oder nicht? Sie halten bisher die Position und sagen, ich mache da nicht mit. Ich bin dafür gewählt, ich kann ja nicht den Anteil bei jungen Wählern mehr als verdreifachen und am ersten Tag nach der Wahl sage ich, hoppla hopp, Jungs, that's life. Bisher halten Sie, da kann man nicht anders feststellen, bisher halten Sie die Position. Wir werden jetzt sehen, wie es dann weitergeht in Brüssel. Aber nochmal zurück, wie viel ist in Brüssel wirklich noch zu reißen? Und Frau Weidel mal wieder, ich muss immer wieder mit her kommen, sie ist die Parteichefin, sagte ja, am Anfang hieß es mal Dexit in der AfD, dann hieß es irgendwann Reform und Dexit nur noch, wenn es denn unbedingt sein muss. Mittlerweile, das ist mein Eindruck, scheint der überwiegende Teil der AfD-Exponenten zu sagen, nein, nein, auf jeden Fall drinbleiben, auf jeden Fall reformieren. Frage an Sie, wie reformfähig ist diese EU noch oder muss der Dexit nicht eigentlich sein? Na, also zunächst einmal, ich war ja nie für den Dexit, da habe ich es ja leicht. Warum war ich nie für den Dexit? Weil er ist eine leichte Lösung. Und Dumbledore sagt zu Harry Potter, es gibt immer zwei Wege im Leben, den richtigen und den leichten. Das heißt, der Richtige ist natürlich viel schwerer. Der Richtige heißt, die EU in ihrer heutigen Form ist ein bürokratisches Monstrum und sie ist scheußlich und sie muss weg. Das Problem ist aber, die zu sagen, dann machen wir eine reine Renationalisierung und sind nur noch Nationalstaaten, wäre noch schlimmer. Das heißt, wir würden eine schlechte EU gegen eine noch schlechtere komplette Renationalisierung eintauschen. Und wir brauchen irgendeine Art von Europa. Warum brauchen wir Europa? Weil eben die Welt mittlerweile so ist, dass Länder wie Indien, China ökonomisch die Welt bestimmen. Also, als ich geboren wurde, wir sind da ungefähr ein Jahrgang, Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre, hat die alte Bundesrepublik, also nur der Westen, hat ein höheres Bruttoinlandsprodukt als China und Indien kombiniert. Und, lang ist es her, wenn wir jetzt aber die kleinen europäischen Staaten hätten und dann haben wir die Big Player, USA, Indien, China, Russland und die müssten ganz alleine mit denen verhandeln, das wäre eine Katastrophe, weil sie natürlich unterlegen sind. Das heißt, Europa muss schon aufgrund der veränderten Weltlage in Fragen der Handelspolitik, der Zollpolitik, meines Erachtens auch der Koordination der Außen- und Sicherheitspolitik, muss zusammenarbeiten. Das heißt, es geht gar nicht ohne Europa. So, das heißt, wir haben jetzt die EU, die wirklich kontraproduktiv ist, uns ökonomisch schadet, uns politisch schadet, die in der heutigen Form eigentlich wirklich weg muss. Und wir haben ein ideales Europa, was wir brauchen, aber wir brauchen ein Europa. Und jetzt ist die Frage, wie nennen Sie das, um vom Status A zu B zu kommen? Ich nenne es Transformation. Gut, man kann es auch Dexit nennen, denn die Frage ist ja, ich höre es raus, ich interpretiere es jetzt rein, Sie sagen, mit dieser EU geht es so nicht. So wie heute geht es nicht. Das heißt, ein bisschen Reform geht auch nicht? Nein, das ist ein Komplettumbau. So, ein Komplettumbau, dann kann man, ja gut, ein Komplettumbau kann man auch einen Abriss nennen, je nachdem, wie viel noch stehen bleibt von der Grundmauer, ob das Fundament noch bleibt. Da müssen wir jetzt nicht um Feinheiten scheinen, aber es ist ja doch eher ein Dexit dann, eher ein Rausgehen aus dem Bestehenden. Das Problem beim Dexit ist, dass man es so interpretieren kann, Deutschland geht raus, die anderen bleiben drin. Und das ist halt das, der Eindruck ist gefährlich, weil wir ja nicht als Deutsche komplett allein dastehen wollen. Das ist, warum der Begriff... Hätten wir das, wenn wir sagen, wir gehen da raus? Was bleibt noch übrig von der EU, wenn Deutschland ginge? Wahrscheinlich nicht diese EU, aber erreichen wir nicht, dass unter Umständen sich einzelne andere Länder zu Kleingruppen zusammenbilden. Also stellen Sie sich vor, wir gingen raus und dann bilden Frankreich, Spanien und Italien den Clubmate. Und dann bilden die osteuropäischen Länder... Also die bankrotten Mittelmeerstaaten. Genau, und dann bilden die Osteuropäer eine eigene Wischelgrad-Gruppe. Dann hätten wir zwar, dann hätten wir irgendwie, und die Skandinavier auch was, dann hätten wir drei neue Gruppen. Und alle drei sind sich aber in einem einig. Zölle gegen deutsche Produkte. Und das will ich nicht. Das heißt also, ich möchte schon, dass Europa zusammenbleibt. Aber man könnte ja auch anders anfangen. Man könnte ja mit den genannten Wischelgrad-Staaten sprechen und eine neue Anbildung... Bin ich sofort dabei, ein Mitteleuropa-Konzept, aber mit der heutigen deutschen Politik unmöglich. Wahrscheinlich auch mit der heutigen Brüsseler Politik und der Mehrheit derer, die dort im Parlament sitzen. Die Brüsseler Mehrheit ist ja noch schlimmer als die in Deutschland. Aber sie brauchen halt ein Deutschland, das bereit ist, europapolitisch eine Vision zu haben und den Lied zu übernehmen. Und es gibt zur Zeit in Berlin keine europapolitische Vision, außer dass man eben außenpolitischen Amerikanern folgt und innereuropäisch sagt, das Wichtigste, was wir zu lösen haben, ist der Klimawandel. Gut, was die außenpolitischen Kompetenzen Deutschlands angeht, da gibt es ja ohnehin, sagen wir mal, bunte Beispiele. Ja, doch, doch. Ich komme noch zurück zu der Frage, dieser Kern- oder Gretchenfrage, der Frage, wie haltet ihr mit dem Völkischen, mit dem Nationalen, mit der Staatenzugehörigkeit? Das ist ja immer wieder das, was gerade Ihnen und dem sogenannten rechten Flügel dann vorgeworfen wird. Also die Frage, wie wird man Deutscher aus Sicht von Max Kader? Wie darf man Deutscher werden? Ist das am Ende eine biologistische Frage? Ist das eine Frage genetischer Zugehörigkeit zu einem Volk? Oder ist das ein Willensakt, den ich erklären kann und den ich durch Anpassung leben kann? Manchmal ist es ja ganz sinnvoll, mit der Realität anzufangen. Also schauen wir uns doch mal an, diejenigen, die jetzt deutsche Staatsbürger sind, dann ist da überwiegender Anteil, sind Nachfahren von Leuten, die ethnisch Deutsche sind oder sind ethnisch Deutsche. Das heißt also, rein realistisch ist doch der Fakt, wer wird Deutscher, beantwortet, dass die übergroße Mehrzahl rechtlich Deutscher ist, weil er auch ethnisch Deutscher ist. Aber der Anteil derjenigen, die eben durch Einbürgerung Deutsche Staatsbürger werden, steigt. Das heißt, es geht um die Frage, inwieweit gibt es neben der ethnischen Volkszugehörigkeit noch die Möglichkeit, durch Willensakte zuzugehören. Da habe ich immer gesagt, die Möglichkeit besteht, aber das darf nicht ganz so leicht gemacht werden wie zur Zeit. Also dieses Durchwinken und den Pass quasi verramschen und verschenken bin ich dagegen, aber natürlich... Was wären dann die Schritte, um es auf diesem Willensweg zu schaffen? Ja, eine gewisse Zeitdauer, wo man da ist, beherrschende deutsche Sprache und eben auch ein nach außen erkennbares Bekenntnis zur neuen Gemeinschaft. Und natürlich sollte man sich selbst ernähren können. Also diese Einbürgerung von Sozialfällen muss enden. Okay. Nun ist ja gerade das passiert, interessanterweise, was Ihnen, also was Ihnen im Sinne von rechter AfD und anderen vorgerufen wurde. Da gab es ja die angebliche Geheimkonferenz in Potsdam, die da keine war, wie wir hinterher auch waren. Ein privates Treffen, ja. Da wurden Dinge gefordert, angeblich, die gar nicht gefordert wurden, insbesondere die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft und das Rausschaffen, das Deportieren von Deutschen. Und ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, genau das forderte jetzt in Halle eine Landesinnenministerin von der Stadt Halle. Da ist nämlich ein Syrer eingebürgert worden, der dann straffällig wurde und sie forderte im Nachgang die Wiederrücknahme dieser Einbürgerung und die Ausschaffung dieses Ausländes. Das stand so im Deutschlandfunk, das wurde so berichtet. Interessanter Fall, oder? Naja, ich bin ja, ich bin ja Jurist genug, um zu sagen, Staatsangehörigkeit ist Staatsangehörigkeit. Eigentlich, wenn die einmal da ist, ist sie da, oder? Wenn sie da ist, ist sie da, weil was ist der Rechtsstaat? Der Rechtsstaat heißt, ich kann mich auf rechtlich erlangte Titel verlassen. Also wenn Sie im Grundbuch stehen, müssen Sie sich darauf verlassen können, dass das Grundbuch stimmt. Und nicht, dass dann irgendeiner sagt, ist aber ein Eintragungsfehler passiert, das Haus ist jetzt wieder meine. Dasselbe ist bei Gerichtsurteilen. Also ein Gerichtsurteil kann scheußlich falsch sein. Es gibt viele falsche Gerichtsurteile. Es ist trotzdem rechtskräftig. Wenn man die Staatsbürgerschaft hat, muss er sich darauf verlassen können, dass sie gilt. Wenn wir das Fass aufmachen. Also klare Aussage, wer die hat aus ihrer Sicht, der hat die. Wenn wir das Fass aufmachen, dann stellen wir in der Tat den Staat als solches in Frage. Also wer das Ding aufmacht, der darf sich dann nicht wundern, dass der Verfassungsschutzbürger berechtigt sagt, den gucke ich mir jetzt mal an. Das tut er auch schon, wenn man das nicht sagt. Genau, das ist ja aber egal. Aber in dem Fall muss er es tun. Einfach logischerweise, weil dann gehe ich an die Grundlage ran, nämlich die Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetz. Aber die Dame hat genau das getan. Die Innenministerin von Sachsen-Anhalt. Ja, aber Sie wissen doch, mittlerweile ist doch, also das Erkennungszeichen der Linken ist der Doppelstandard. Quodlicit Jovin und Lizit Bovi und bedauerlicherweise ist es eben so, dass in der real existierenden Bundesrepublik ist jeder linke Spinner Jupiter und jeder seriöse Rechter ist halt der Ochse. Gut, die Humorige wird nicht mehr dahingestellt, aber wie geht das überhaupt tatsächlich für den juristischen Laien? Wie kann dann eine Einbürgerungsbehörde diese Einbürgerung rückabwickeln, weil das auf ministeriellen Anlass oder Hinweis geht? Meines Erachtens geht es nicht, es gibt wohl eine Ausnahme bei Doppelstaatlern. Bei Doppelstaatlern geht es, wenn sie nur Deutscher sind, es gibt das Verbot, dass sie staatenlos werden. Also sie dürfen nicht staatenlos werden. Dieses Verbot greift aber nicht bei Doppelstaatlern. Die wären ja nicht staatenlos, die behielten ja ihre alte Staatsangehörigkeit. Gibt es eine zeitliche Frist, dass das innerhalb von so und so vielen Monaten oder Jahren? Wahrscheinlich, aber das Ausländerrecht ändert sich mittlerweile in einer Geschwindigkeit, die eher an eine Tageszeitung erinnert, als an ein Gesetzbuch, über das man sich ernsthaft unterhalten kann. Ich bin da in den Feinheiten nicht drin, auch weil man uns ja mittlerweile vorführt, dass jede politische Mehrheit es nach Gusto ändern kann. Früher war es mal so, dass man sich an grundlegende Gesetze nur herangetraut hat, wenn es wirklich notwendig war. Mittlerweile hat man so den Eindruck, alle zwei Jahre schraubt einer am Ausländerrecht herum. Kann ich Ihnen nicht sagen. Es bleibt aber, das ist doch sicher, bei den jetzigen politischen Mehrheiten sind das, wenn es sowas gäbe, sind es Einzelfälle, homeopathische Dosen. Aber sicherlich brauchen wir eine grundlegende Reform des Asyl- und Ausländerrechts. Die kriegen wir mit keiner der bestehenden Altparteien. Sie haben ja in Ihrem mittlerweile schon fast legendären Interview mit Thilo Jung nach sechs Stunden, ich weiß nicht wie vielen, prognostiziert, es wird nun die schwarz-grüne Regierung. Das glaube ich nach wie vor. Da bleiben Sie bei Ihrer Prognose. Also ich wiederhole es nochmal kurz. Ihre Prognose ist, es gibt schwarz-grün als Ablösung der Ampel. Die Menschen werden so enttäuscht sein, dass sie dann AfD wählen. Da bleiben Sie jetzt bei Ansicht der Ergebnisse. Ja, das zeigt sich daran ab. Merz hat auch schon erzählt, dass er keine Veranlassung sieht, das Heizungsgesetz von Habeck rückabzuwickeln. Was bleibt denn dann? Also dann bleibt die Zwangsanierung für die Wohnungseigentümer. Jetzt hat die CDU versprochen, das Verbrennerverbot 2035 zu kassieren. Glaube ich nicht. Wird man sagen, können wir nicht aus europäischen Gründen. Was bleibt denn dann? Achso, und den Krieg in der Ukraine würden diese beiden natürlich deutlich härter führen und anheizen als die Sozialdemokraten. Oder zumindest als der jetzige noch regierende Sozialdemokrat Scholz. Mal gucken, wie lange der bleibt, wenn Pistorius rankommen sollte. Dann sind alle. wieder zusammen. Zum Krieg müssen wir unbedingt noch kommen. Aber vorher die Frage, wenn das so ist, wie ist dann die Machtperspektive der AfD im Bund? Denn mit dieser CDU, die ja eigentlich auch mehr eine grün lackierte CDU ist. Wer ist da Koalitionspartner? Die werden doch alle unisono sagen, nein, Brandmauer, mit Ihnen auf gar keinen Fall. Das heißt, die AfD bräuchte eine absolute Mehrheit. Sind Sie so optimistisch, dass es die geben wird? Ich zwingend. Das eine glaube ich, dass die CDU irgendwann auch an ihren inneren Widersprüchen zerbrechen wird. Das ist das eine. Das zweite ist... Naja, die Werteunion hat sie überlebt, oder? Das war ja schon ein kleiner Punkt. Das ist aber kein... Also die Werteunion ist ja keine Abspaltung aus der CDU heraus. Und die hat sich von Leuten gegründet, die schon draußen waren. Teils, teils. Da ist kein einziger relevanter Mandatsträger mitgegangen. Also Herr Maaßen war ein Behördenleiter, war rausgefahren, war im Einzelnen Wohlstand und hat gesagt, ich mach das jetzt. Aber da ist ja jetzt nicht irgendwie zehn Abgeordnete gelaufen. Das wäre eine Abspaltung. Also es bräuchte diese Zersplitterung der CDU, bevor dann die Machtperspektive für die AfD da ist? Nee, das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube tatsächlich, dass wir uns langsam mal an den Gedanken gewöhnen müssen, dass es wahrscheinlich bis Ende des Jahrzehnts eine Migrantenpartei geben wird. Die gibt es jetzt. DAWA heißt die, glaube ich. Die hat 150... Das ist alles lächerlich, ja. Es wird eine seriöse... Ich erwarte... Wer gibt's die Grünen? Gut, es gibt Frau Wagenknecht. Also ich erwarte eine seriöse Migrantenpartei über fünf Prozent im Deutschen Bundestag. Als möglichen Koalitionspartner auch? Zumindest als eine komplette Infragestellung des bisherigen politischen Systems. Als Koalitionspartner kann man nicht sagen. Ich glaube aber, dass das jetzige System lautet... Also bislang lautete es ja, alle gegen die AfD. So, jetzt im nächsten Bundestag haben wir noch Frau Wagenknecht drin, da ist die Frage, schifft sie sich auf dem untergehenden Kahn der Altparteien ein oder sagt sie, wir halten uns alles offen? Sie meinen, das ist noch offen bei Frau Wagenknecht? Die Entscheidung ist nicht gefallen? Ich kann sie inhaltlich nicht erkennen. Das ist offen. Das kann in beide Richtungen fallen. Und ich glaube, dass als dritte neue Kraft dann eine Migrantenpartei kommt und dann muss sich die CDU wirklich fragen, ob sie den Grünen Kurs fortsetzt. Sie haben ja bei den erwähnten Migranten durchaus ein interessantes Wahlverhalten. Das kennen wir aus anderen europäischen Staaten. Da sind ja die integrierten Migranten durchaus sehr bereit. Naja, bei Ihnen oder in der Schweiz bei der SVP. Aber da erleben wir, dass die integrierten Migranten gerade eben sagen, ich will mich abgrenzen. Wir haben nach diesem berühmten Südlied Social Media eine entsprechende Welle gehabt von Migranten, die dieses Lied singen. Genau, in Hamburg nach dem Sieg von Istanbul in der türkischen Fußballmeisterschaft. Auch das noch. In Stuttgart gab es dann auch noch solche Gesang. Also ist das auch eine Zielgruppe für die AfD, diese Migrantengruppe? Dafür werbe ich. Auch das hat mir den in dem Fall nicht positiv gemeinten Spitznamen der Erdogra eingebracht. Gut, dass Sie darauf kommen, sonst hätte ich es gemacht. Ja, also wir haben ja zunächst einmal schon die Migranten mit europäischem Migrationshintergrund, die haben wir ja schon überwiegend. Also wer die Russlanddeutschen, aber auch die, die ohne Volksdeutsche zu sein, aus Russland eingewandert sind, da sind wir sehr stark. Bei Europäern sind wir sehr stark, also mit europäischer Migrationsgeschichte. Und wofür ich werbe, ist, dass man bei Migranten anfängt zu differenzieren. Wo kommen sie denn her? Es ist eben ein Migrant in dritter Generation, türkischer Türke, Türkei ist ja auch multiethnisch, ist schon was anderes als jetzt, sagen wir mal, ein Afghane. Genauso wie ein Afghane, der 1978 eingewandert ist, also vor dem Bürgerkrieg, sicherlich was anderes ist, als jemand, der jetzt vor zwei Jahren gekommen ist. Andere Länder machen es einfach an der wirtschaftlichen Integration fest. Das halte ich für zu, ich habe zwar irgendwann mal Ökonomie auch studiert, aber ich glaube nicht, dass diese, also ich glaube nicht an den Homo economicus und ich wehre mich auch dagegen, den Menschen rein auf seinen, das ist ein wichtiger Aspekt, aber der Mensch ist schon mehr als sein Erwerbstrieb. Okay, und was muss dann noch dazukommen als Bekenntnis zu so einem Land? Das ist ja auch mal wieder der Eindruck von Leitkultur, weil mal das März wurde, dafür wurde viel gescholten. Was ist denn dann die Leitkultur? Wie verhält sich ein Migrant, der hier wirtschaftlich integriert ist, der hier Steuern zahlt, der hier arbeitet, wie zeigt er dann, dass er tatsächlich diesen Schritt zum Deutsch sein wollen gegangen ist? Ach, ich weiß gar nicht, also tatsächlich, das Grundgesetz ist ethnisch blind. Also wir müssen das ganz klar sagen, wir können keine, es ist einfach so, als Jurist nimmt man erstmal das Gesetz, wie es ist und fragt nicht ständig, ob es mir gefällt. Also ich bin ja kein Grüner, der bei jedem eine Meinung haben muss. Ich sage einfach, so ist es, das kann ich nicht ändern. Ich kann das Grundgesetz nicht ändern, ich will es auch nicht ändern. Ich nehme zur Kenntnis, das Grundgesetz ist ethnisch blind. Das heißt, es erwartet von dem einzelnen Bürger, dass er gesetzestreu ist, dass er sich ökonomisch ernähren kann als Normalfall. Und dann gibt es eben die Leitkultur. Das heißt also, das öffentliche Leben läuft nach deutschen kulturellen Regeln. Deutsche Sprache, ko-edukative Ausbildung, auch ko-edukativer Schwimmunterricht, solche Dinge. Das heißt aber nicht, dass jetzt jeder auch das Zuhause leben muss. Das ist nicht erfordert, das darf bei einer Einbürgerung nicht mal zum Kriterium gemacht werden, ansonsten wäre das Einbürgerungskriterium verfassungswidrig, weil es dann nicht mehr ethnisch blind wäre. Von daher, das kann man nicht fordern unter dem Grundgesetz. Insofern, Assimilationen darf man nicht als Voraussetzung fordern, sondern man muss eine, aber was man fordern kann, ist die Akzeptanz der deutschen Leitkultur. Das heißt, das öffentliche Leben in Deutschland läuft nach kulturell deutschen Regeln. Männer und Frauen geben sich die Hände zum Beispiel. Das heißt, was wir aber berücksichtigen müssen, wenn wir jetzt politisch neue Migrantengruppen für die AfD gewinnen wollen, wer kann mit diesen Regeln, die wir stärken wollen, umgehen? Wer ist akzeptabel? Wer teilt auch unsere Vorstellungen von Einwanderungsbegrenzung, mehr Marktwirtschaft, weniger Sozialhilfe? Und da bleibe ich dabei, dass die Deutsch-Türken eine Gruppe sind, die für uns erreichbar ist. Ja, spannend. Und die Zahlen sprechen durchaus dafür. Die Zahlen sprechen dafür. Zum Abschluss noch, das ist das eine große Thema, was wirklich gerade Europa bestimmt, ist der Krieg. Wie kam das Interview, oder Sie haben es sicherlich auch gelesen, des serbischen Präsidenten Vucic, der sagt, in drei bis vier Monaten fallen im Kontinental-Europa die Bomben. Viktor Orban sieht es ähnlich und wir haben vorhin schon festgehalten, es scheint auch in der EU-Politik von Meloni und Le Pen das ausschlaggebende Kriterium zu sein. Also, Sie haben klar gesagt, Sie halten es mit der Multipolarität, also eher auf Russland zugehen. Wie ist Ihre Prognose? Aber sind Sie so pessimistisch wie Vucic, dass es eskaliert, dass Deutschland in einen Krieg hineingezogen wird? Er sprach von 15 Millionen Toten und einem Zustand schlimmer als im Zweiten Weltkrieg. Wie optimistisch, wie pessimistisch sind Sie? Ich bin nie pessimistisch. Ich bin nie pessimistisch. Optimismus ist Pflicht. Das von Watzlaff Klaus, halte ich daran fest. Ich bin also nie, ich weiß, dass wir außenpolitisch in den Händen von absoluten Idioten sind. Also, ich habe keine allzu hohe Meinung von Annalena Baerbock. Ich glaube auch, dass sie überhaupt nicht versteht, was außenpolitisch vor sich geht. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass am Ende sowohl in Moskau wie auch in Washington Leute sind, die doch so viel rationales Verständnis haben, dass sie es nicht knallen lassen. Was erwarte ich tatsächlich? Die ukrainischen Menschenverluste, so zynisch das klingen mag, aber wir sind im Krieg, sind so groß, dass wir uns der Schwelle von 30 Prozent der wehrfähigen Bevölkerung nähern. Und es gibt eine internationale Regel, wenn sie 30 Prozent der wehrfähigen Bevölkerung verloren haben, dann ist der Krieg vorbei. Aus zwei Gründen. Das A, die Bevölkerung glaubt nicht mehr an den Sieg, sondern sie möchte Leben retten. Und die politischen Eliten sagen, wenn wir jetzt noch mehr junge Männer opfern, dann ist das Überleben unseres Staates gefährdet, weil uns die Bevölkerung ausgeht. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass die Ukraine einfach im Laufe dieses Jahr ein Problem hat, weitere Männer zu rekrutieren für den Krieg. Und somit die Kriegszustimmung im Inland sinkt. Das Zweite ist, dass die militärische Überlegenheit der Russen so groß ist, dass man auch erkennt, es gibt keine Chance auf einen Sieg. Insofern steigt der Druck, sich irgendwie zu verständigen, innerukrainisch. Und auf der anderen Seite, der Westen darf aus seiner eigenen Logik einem Frieden nicht zustimmen, weil das für ihn eine Niederlage wäre. Er wird also versuchen, das mindestens bis zu den amerikanischen Präsidentenwahlen, den Krieg noch fortzusetzen. Aber sobald diese amerikanischen Präsidentenwahlen durch sind, glaube ich, ist ein Fenster für Friedensverhandlungen. Gut, jetzt kann man noch umdrehen, was Sie gerade sagen. Wenn ich das alles akzeptiere und sage, vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen wird es eskalieren. Um eine Niederlage zu verhindern. Böse Zungen behaupten, dass die Amerikaner eher Interesse haben an einem dauerhaften Krieg. Das spielt eher amerikanischen Wirtschaftsinteressen in die Hände, wenn das passiert. Das heißt also, wenn wir vor einer möglichen Wiederwahl Trumps, das ist ja das große Schreckensszenario für die Demokraten, die das unterstützen. Wenn vorher so ein Krieg beginnt, dann wäre Deutschland Teil davon. Nach allem, was wir momentan von Boris Pistorius hören. Nach allem, was wir abgesehen von Scholz eigentlich aus den Regierungsparteien hören. Wie realistisch halten Sie das Szenario? Also worüber gesprochen wird, ist ja die Entsendung von europäischen NATO-Truppen in die Ukraine, um dort Logistik, Transport, Nachschub zu ersetzen, damit die Ukrainer noch an die Front geschickt werden können. Ich sehe nicht, dass es dafür, also es gibt sicherlich eine Mehrheit dafür im politischen Berlin, aber der Aufschrei in der Bevölkerung und der Vertrauensverlust in die Politik, wenn jetzt tatsächlich deutsche Soldaten wieder an die Ostfront geschickt würden, ich denke, dass der so groß ist, dass die Politiker sich das nicht trauen. Und zumindest nicht in Deutschland. Man spricht in Frankreich davon, ja, Fremdenlegionen, da schickt man Ausländer. Die sind ja schon da, das ist üblich so. Aber wenige, das ist ja noch nicht Divisionsstärke. Nein, aber das ist üblich, das war im Kosovo-Krieg so, zuerst geht die Legion dahin, das wird dann einige Monate später immer berichtet in den Medien, die Medien tun so, als ob sie überrascht sind, aber das ist ja der Standard. Da sind ein paar drin, es sind sicherlich auch englische und polnische Spezialkräfte drin. Aber das ist ja noch nicht Kriegsentscheidend. Also Kriegsentscheidend wäre jetzt wirklich, man würde da jetzt, sagen wir mal, mit 20.000, 30.000 Mann rein, um Ukrainer zu ersetzen, um die freizumachen für die Freund. Aber Breuer, General Breuer, der Generalinspektor, spricht ja schon von der Ostfront der NATO und der Ostflanke. Das ist schon wirklich die Wortwahl. Dann werden Operationen oder Übungen durchgeführt, amerikanische Divisionen von West nach Ost zu verlegen. Also diese Wortwahl ist schon da. Sie ist komplett da. Ich bleibe aber dabei, dass die Mehrheit, selbst der CDU und SPD-Wähler in Deutschland, in dem Moment würden sie, also ja, es kann sein, dass die das tun, aber das würde die von mir vorhergesagten politischen Veränderungsprozesse und auch Aufwachprozesse, weitere Teile der deutschen Bevölkerung, wie ein Katalysator beschleunigen. Weil es ist das eine, in einer Umfrage zu sagen, ich bin für mehr Unterstützung der Ukraine durch den Westen. Das sagen ja immer noch 40 Prozent. Aber es ist was anderes, wenn es konkret wird und man dann überlegt, hm, es könnte auch mein Sohn sein oder zumindest mein Neffe. Dann kippt das ganz schnell. Also ich halte diese Kriegsbegeisterung, die sich aus manchen Umfragen noch ableiten lässt, für nicht so stabil, dass sie einen tatsächlichen Kriegsbeitritt überleben würde. Und insofern denke ich, die werden vor allen Dingen versuchen, mehr Waffen zu liefern. Sie werden den Ukrainern erlauben, das ist angekündigt, sie müssen sie nur haben. Die Granatenproduktion läuft ja nicht. Typisch EU, alles was die EU in die Hände nimmt, klappt ja nicht. Und Gott sei Dank ist die Granatenproduktion in den Händen der EU gegeben worden. Das heißt, sie läuft nicht. Man wird mehr Waffen liefern, man wird den Einsatz in Russland erlauben, auf russischem Gebiet. Man hofft auf die Eskalation, um dann einen Vorwand zu haben, tatsächlich einzugreifen. Wenn die Russen es auf diese Eskalation nicht ankommen lassen, sondern einfach nur beharrlich weiter ihre Überlegenheit ausspielen, spricht doch einiges dafür, dass die Ukrainer friedensbereit sind. Gut, klare Prognose. Es ist uns allen nur zu wünschen, dass sie da recht behalten werden. Letzte Prognose zum Ende im November. Sie sagten es schon, sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Trump liegt vorne, wie es momentan ausschaut. In Amerika wird behauptet, soja, dass gesundheitlich erreicht diese Wahl. Denn man spricht ja ganz offen davon. Wer weiß, ob es da nicht Anschläge gibt, ob man verheblich zu verhindern. Wird Trump dann Präsident, der nächste alte, neue Präsident der USA? Es ist ja eigentlich nur eine Wahl, Trump oder nicht Trump. Denn selbst die demokratischen Einhänger glauben ja wahrscheinlich nicht an die geistige Gestaltungskraft von Joe Biden. Was die glauben, ist eh sehr erstaunlich. Das heißt, es geht nur noch, will ich nochmal Trump oder sage ich, es ist mir völlig egal, ich wähle auch eine Mumie, Hauptsache es ist nicht Trump. Und da sagen uns die Umfragen, also die Bereitschaft eine Mumie nochmal vier Jahre über Krieg und Frieden entscheiden zu lassen, ist nicht ausgeprägt. Insofern bleibt tatsächlich nur der Worst Case eines Anschlags auf Trump. Auch hier gilt, ich bin Optimist, ich glaube Trump wird Präsident. Das wird jetzt auch nicht der Heilsbringer sein. Er ist ein amerikanischer Präsident, America first. Auch er möchte die amerikanische Dominanz, globale Dominanz retten. Aber ich glaube, er tut es deutlich intelligenter als Biden. Er ist weniger in Kriegstrabe. Er hat unlängst angekündigt. Er wird sofort die Unterstützung der Ukraine beenden. Gut, Trump kündigt viel an, muss man sagen. Er hat halt wirklich in seiner ersten Amtszeit gegen Widerstand eine ganze Reihe endloser Kriege beendet und keinen neuen angefangen. Also ich glaube, Trump wäre die Chance eines Friedensschlusses in der Ukraine. Letzte Frage, wie gut sind die Kontakte des rechten AfD-Flügels, vielleicht um Maximilian Kratz zu den Amerikanern, zu den Republikanern? Naja, ich bin ja Fördermitglied der New York Rung Republicans und war ja deshalb... Young. Young, aber da kommen alle hin. Also sie heißen Young. Das ist jetzt keine Selbstbeschreibung. Und ich war ja dabei, als Trump seine öffentliche Rede gegeben hat im Dezember in New York. Wie gut sind die Kontakte? Sie könnten besser sein, sie sind ausbaufähig. Aber, also mein letztes Interview jetzt mit einem amerikanischen Internetmedium, Asia Times, hat doch 150.000 Zugriffe bekommen, mehr als ich aus den USA. Also ich werde wahrgenommen, aber es ist alles ausbaufähig. Ich meinte mir, die Kontakte zur Trump-Campaign, zu den Amerikanern, Sie sagten es ja schon, Deutschland nimmt sich ja gerne mal als wichtig wahr für die Amerikaner. Die Realität ist, Deutschland hat kaum Relevanz für die amerikanische Innenpolitik, auch für den Wahlkampf nicht. Überhaupt nicht. Ja, bis überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also wenn dann ist das alles, ich nutze halt mein altes Netzwerk noch als Columbia-Absolvent und eben meine Kontakte nach New York. Aber es ist da institutionell, ist das in den Kinderschuhen. Gegen Lauterbach und Harvard, Sie mit Columbia, ja. Ja, immerhin, oder? Immerhin. Wenn Sie da mehr getan haben, als Gelegenheit anzurufen, an neuen Studien zu fragen, dann ist das schon mehr auf jeden Fall, ja. Ich habe da immerhin, ja, also ich weiß, Sie sehen an Herrn Lauterbach, dass man die allwillig nicht überschätzen sollte. Die Titel und die Abschlüsse, ja, sollte man nicht überschätzen. Nein, um Gottes Willen. Welch schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für eine informative Stunde. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Lade Sie schon im Vorfeld ein, in einigen Monaten dann mal Zwischenbilanz zu ziehen. Ja, spätestens nach den amerikanischen Präsidentenwahlen, oder? Wenn wir Glück haben und Trump kommt, haben wir doch ganz viel zu spekulieren und ganz viel vorzubereiten. Da nehme ich Sie beim Wort. Denn wenn Biden es bleibt, dann würde ich mich Wucic anschließen. Dann haben wir eine Kriegsgefahr. Ein düsteres Ende, aber immerhin eine Aussicht auf ein neues Interview nach der Wahl des nächsten amerikanischen Präsidenten. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Denkt daran, auf paulbrandenburg.com slash spende könnt ihr ein paar Cent erlassen zur Fortsetzung freier Sendung wie dieser. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage herzlichen Dank an Maximilian Krah. Vielen Dank.